hallo und herzlich willkommen zu brettwinus spielt heute sprechen wir über dead reckoning und das spiel ist 2022 bei aeg erschienen als kickstarter spiel ausgeliefert worden und wenn ich sage wir ich bin der daniel und ich begrüße ganz herzlich den jörn und den torsten hallo ihr beiden den björn kennt ihr die eine oder andere person sicherlich schon aus den family podcast den wir mittlerweile regelmäßig haben und schön dass du auch mal hier in unseren spiel folgen mit dabei bist sehr gern ja und ihr beide habt also über kickstarter das spiel finanziert oder wie seid ihr daran gekommen ja mach ruhig sehr gut guter einstieg immer ruhig erst mal ja stark ja also ich habe es tatsächlich per kickstarter gemacht und ja also jetzt bin ich froh um das ganze mal von hinten zu erzählen also jetzt bin ich super froh werden wir ja ausführlich nachher noch drüber sprechen während der kampagne war das zeitweise schon hart die wartezeit war relativ lange ähm und auch ähm ja so die anfragen und ähm ja die ganzen kommentare und und wie das beantwortet wurde und ähm mit welchen abständen auch die kommunikation über die auslieferung und so da gab es schon einige missverständnisse nenne ich jetzt mal so dass das dann während der kampagne ein bisschen zu kopfzerbrechen geführt hat ob das dann wirklich das ganze wert ist aber das kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen das ist es auf jeden fall oder wie siehst du das torsten ja also ich finde es auch auf jeden fall hat sich gelohnt ähm ich war nicht beim kickstarter dabei ich habe den irgendwie komplett verpasst habe gar nicht mitbekommen dass es den gab als das spiel dann ausgeliefert wurde habe ich viele stimmen gehört dass das spiel gut ist und habe es mir angeguckt nach so das sieht echt gut aus muss ich mir glaube ich holen und glücklicherweise bin ich dann über ebay an jemanden rangekommen der das wirklich auch zum einkaufspreis wieder weitergegeben hat das war ganz nett es gibt tatsächlich noch solche leute da ist man immer ganz froh drum von daher ja genau so bin ich halt ans spiegel gekommen ja tatsächlich hatte ich jetzt im vorfeld auch nachgeschaut und das spiel ist auf ebay hier und da mal zu haben so ab 240 euro dann mit zwei erweiterungen und keine ahnung ob das jetzt der normale kickstarter preis war oder nicht das habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut aber ist halt derzeit nur teuer verfügbar wer aber jetzt da komplett das spiel bisher verpasst hat das kann sage ich jetzt direkt mal vorne weg die möglichkeit besteht derzeit noch dass dass man late pledge macht es gab nämlich eine zweite kampagne aber erzähl mir erst mal ein paar daten zu dem spiel das spiel wie ich ja schon erwähnt hatte 20 22 ausgeliefert worden und stammt von dem autor john de clare den kennt man zum beispiel von spielen wie kubitos mystic whale oder ready set bat illustration ist von ein othul gemacht worden das spiel richtet sich an ein bis vier person ab 14 jahren die spielzeit wird vom verlag mit 90 bis 150 minuten angegeben auf board game geek hat das spiel schon eine echt gute bewertung das hat über 2100 stimmen erhalten und die haben insgesamt eine note von 8,3 bisher im durchschnitt verteilt was schon sehr ordentlich jetzt hatte ich auch in meinem umfeld tatsächlich auch so positive stimmen wie du gehört torsten über das spiel und deswegen war mir hier und da das spiel schon mal als name quasi untergekommen und jetzt bin ich mal super gespannt was sich da überhaupt hinter versteckt also ich hatte da vor jetzt bevor ich mich auf dem podcast vorbereitet hatte noch nicht mal vom setting eine ahnung und ja das hat mich tatsächlich jetzt auch schon sehr angesprochen weil das erste was ich nämlich gelesen habe hier auf team league war ein card crafting meets 4x spiel und da bin ich schon sehr neugierig wie ist denn das hier bitte umgesetzt jetzt fängt keiner an damit keiner eine ins wort fällt ja dann dann fange ich einfach mal an also das ist insofern umgesetzt dass wir diese card crafting mechanismen von anfang an haben wir haben ein festes kartenset das von anfang an in sleeves steckt die wir durch transparente weitere karten dann verändern können und für mich persönlich war das auch neu also ich hatte davon auch noch nichts gehört auch kein john de claire spiel vorher gespielt und das war so ja der anker der mich so ein bisschen reingezogen hat erst mal in dieses spiel in die kampagne und also dieses card crafting funktioniert so dass man jede einzelne karte durch drei verschiedene module verändern verbessern spezialisieren kann und die für x variante ist einfach ich habe zwölf ozeanteile die jedes mal durcheinander gewürfelt da modular ausgelegt werden die ich dann im laufe des spiels erkunde also aus meiner sicht haben die da nicht zu viel versprochen und beide teile werden hier auch aufgrund der unterschiede in den ozean teilen und dieser wahnsinnigen vielfalt an upgrades durch die card crafting module da auf jeden fall eingehalten aus meiner sicht ja also sehe ich auch so dass card crafting ist typisch für die spiele genauso umgesetzt dass zum beispiel mystic veil ist es genauso umgesetzt dass man die karten einfach ineinander schiebt man hat eine kartenhülle schiebt durchsichtige karten übereinander bekommt dadurch immer mehr fähigkeiten bei dem 4x würde ich jetzt nicht ganz so zustimmen ich glaube das ist eher ein 4x light weil man nicht so diese ganzen handeln und interaktion zwischen den spielern hat für mich geht das ganze eher so ein bisschen richtung size wenn man das spiel kennt also man hat auch da wirklich ein bisschen area control mit drin man hat interaktion mit den spielern man kämpft und erkundet hat aber weniger den handeln aspekt jetzt mit den anderen spielern im vordergrund jetzt war gerade schon das wort kampagne gefallen ist das denn hier eine kampagne die gespielt wird also eine fortlaufende geschichte die hier erzählt wird und wenn ja wird die kooperativ oder kompetitiv gespielt also im grundspiel grundsätzlich erstmal gibt es keine kampagne das heißt man kann das spiel gegeneinander spielen von zwei bis vier spielern oder auch solo solo habe ich jetzt nicht ausprobiert da kann glaube ich bern gleich mehr dazu sagen aber grundsätzlich spielt man das spiel zusätzlich dazu gibt es erweiterungen das sind sogenannte sagas und die erzählen im endeffekt eine kleine geschichte und bringen neue karten mit ins spiel die wiederum neue ereignisse ins spiel einführen und eben eine kleine geschichte dadurch erzählen und vielleicht kann bern was noch zum solo oder koop modus sagen weil den habe ich leider nicht gespielt ja genau also es ist tatsächlich so dass das man einen ein ki bot also ein kartendeck dann mit reinnehmen kann das ist im solo wie im koop modus die gleiche der gleiche mechanismus der da zum tragen kommt im koop in der koop variante spielen wir zwei gegen zwei und im solo modus einfach eins gegen eins und das wird über ein kartendeck gesteuert von dem ich eigentlich ziemlich gut ablesen kann was die ki denn macht wo sie letztlich landet und auch das ist für die kampagne tatsächlich verfügbar also auch in den saga erweiterungen kann ich solo spielen oder kann ich diese zwei gegen zwei variante spielen dort habe ich es tatsächlich noch nicht ausprobiert aber in der im grundspiel funktioniert solo und koop wirklich sehr sehr gut wobei echtes koop und torsten da gebe ich dir natürlich recht dieser dieser diese interaktion zwischen den spielern die ist natürlich schon relativ minimal der koop aspekt erstreckt sich da viel mehr auf das große ganze was macht die ki was machen die zwei ki spieler wie kommen die gerade an punkte und wo könnten wir uns aufteilen wer kann welche strategie fahren für wen wäre ja welches modul besser und diese kommunikation die quasi über das spielbrett hinweg passiert das ist die eigentliche das ist der eigentliche koop aspekt aus meiner sicht gut jetzt für all diejenigen da gehöre ich ja auch dazu die das spiel eben noch gar nicht gespielt haben nicht vor augen haben ihr hattet gerade erzählt dass es dann irgendwie zwölf teile gibt die auf dem tisch ausgelegt werden sind das dann eigene kleine spielbretter sind die doppelseitig und was kann man denn da wie machen genau also im endeffekt haben wir ozeanteile ausliegen drei davon sind aufgedeckt und die anderen neun sind eben verdeckt ausliegend und wir erkunden im endeffekt den ozean und entdecken entweder neue inseln oder neue mehrabschnitte und die inseln sind im endeffekt dazu da dass wir die auch in besitz nehmen können das heißt wir haben crewmitglieder in unserer crew das heißt unsere handkarten bestellen aus zwölf karten und die geben uns teilweise die fähigkeit diese inseln in besitz zu nehmen sobald wir eine insel in besitz haben können wir dort gebäude drauf errichten die uns ermöglichen zum einen sachen zu produzieren das können entweder gold sein was siegpunkte sind oder wir bekommen materialien mit denen wir neue dinge kaufen können oder aufwerten können und darüber hinaus sind die inseln halt auch noch dazu da um dort seine schätze abzuladen teilweise um gebäude zu errichten die zur verteidigung dienen da gibt es beispielsweise noch kanonen die durchfahrende schiffe beschießen und schaden verursachen oder eben mauern die insel beschützen sodass niemand anders die insel in besitz nehmen kann also wir haben ein klassisches area control thema da mit drin und die geben uns auch am ende des spiels einfach siegpunkte wenn wir die insel in besitz haben oder auch mal zumindest teil besitze dieser insel erlangt haben im laufe des spiels ja das vor allem dieser dieser teilbesitz den finde ich auch sehr sehr clever gelöst weil es eben nicht nur darum geht muss ich die insel komplett kontrollieren oder wer kontrolliert sie am ende alleine wenn ich auf vier fünf inseln vielleicht zweiter oder dritter nur bin generiert mir das richtig viele punkte also allein dadurch hat man finde ich hier sehr sehr clever diesen mechanismus blockiert okay ich gehe auf totale eroberung schotte mich ab und damit ist das spiel gelaufen also das war jetzt in unseren partien nicht der fall ja sehe ich auch so und vor allem es ist sinnvoller alle inseln irgendwie zu haben als nur ein oder zwei inseln komplett in besitz zu haben also da verliert man so viele punkte wenn man das nur macht und was auch schlau gelöst ist es gibt eine begrenzte anzahl von markern die man für den besitz benutzen kann das heißt sobald die aufgebraucht sind muss ich entweder von den anderen inseln markern abziehen oder kann die nicht mehr neu in besitz nehmen das ist auch clever gelöst so dass da keine übermacht entsteht wenn man komplett nur auf die taktik gehen sollte ja das stimmt wobei die kai natürlich da unbegrenzt markern zur verfügung hat das ist das ist dann schon hart wobei das auch clever gelöst ist da die kai dadurch halt wahnsinnig viele punkte generiert und dadurch auch dieser aufforderungsaspekt total schnell rauskommt okay wir müssen aktiv werden also ich kann gegen die kai nicht passiv spielen oder mich einmauern oder sagen ich falls du meine meine strategie das ist dann schon so dass man da wirklich Gas geben muss von Beginn an sonst wird man da ziemlich eingedost also muss man sich mal in die Situation anpassen die jetzt gerade vorgefunden wird ja okay jetzt gibt es ja ich meine das ist ein Piraten-Setting jetzt gibt es da Schiffe wie sieht das denn damit aus sind die auch erweiterbar ausbaubar also jede Person am Tisch hat ein Schiff mit der fahren wir durch die Gegend mit dem fahren wir durch die Gegend unsere Handkarten sind im Endeffekt unsere Crew die wir aufwerten können und unser Schiff kann auch aufgewertet werden das heißt wir haben am Anfang einfach nur zwei Segel die bestimmen wie weit wir pro Runde segeln können und wir können das Ganze mit Kanonen aufwerten wir können neue Segel dazu packen mehr Frachtraum weil das Besondere bei dem Spiel ist auch wenn unser Frachtraum voll ist dann können wir keine Segel setzen weil wir entsprechend schwerer sind das heißt jedes Teil wo wir Sachen drauf lagern wird auch blockiert außer wir sind in einem Hafen der uns gehört oder im allgemeinen Hafen da können wir nämlich erstmal unsere Sachen abladen unsere Segel setzen und dann alles aufs Schiff laden was wir halt brauchen und das ist eigentlich auch ganz schlau gelöst weil es ist sehr risky in ein Gebiet reinzufahren das man nicht im Besitz hat und mit vielem gelagerten Sachen die man gerade auf dem Schiff hat weil man dann nicht mehr dort wegkommt das heißt es kann sehr lange dauern bis man dann wieder irgendwo hinkommt um seine Sachen effektiv abzuladen aber was wir im Spiel versuchen ist wir sammeln Gold auf unseren Inseln versuchen das in den Zentralhafen wieder zurückzukriegen und das am besten so schnell wie möglich damit wir eben die Siegpunkte in unserer sicheren Schatzkiste verwahren können weil wenn unser Schiff sinken sollte auf dem Weg dann verlieren wir das Gold was wir gerade unterwegs eingesammelt haben und wenn das Schiff sinkt ist das dann verloren wie ist man dann raus oder wie funktioniert das also wenn das Schiff sinkt dann haben wir also unsere Fracht verlieren wir nie das Schiff kommt in den Hafen zurück und jedes Schiff muss man vielleicht dazu sagen hat fünf oder vier Trefferpunkte beim fünften ist es versenkt was auch schon ein paar Gefechte dauert also es ist jetzt nicht so dass man da völlig unbehelligt durch die Meere schippert und dann einmal angegriffen wird und damit ist alles vorbei das ist also nicht der Fall aber man verliert Gold was im Spiel gegen die KI wieder ziemlich heftig ist gerade im Eins gegen Eins weil ich verliere fünf die KI gewinnt fünf also es sind effektiv schon mal zehn Unterschied die man da die man da gleich verliert ja aber es ist nicht verloren man startet am Hafen man behält seine Fracht und das ist auch eigentlich ganz sinnvoll gemacht weil man doch schon aufeinander aufbaut die Züge und das würde dann doch einiges am Spielspaß nehmen wenn man da komplett auf Null geschossen werden würde Björn jetzt hattest du gerade gesagt Treffer das heißt also wenn wir jetzt hier miteinander um die Wette fahren können wir uns auch gegenseitig beschießen mit dem Boden oder wer schießt auf uns Ja also es gibt mehrere Möglichkeiten wie es zu einem Kampf kommen kann wenn wir untereinander uns angreifen wollen dann oder in einem Solo oder Koop-Spiel die KI angreifen wollen dann brauchen wir bestimmte Symbole auf den Karten also ich muss erstmal die Karten aufleveln um Piratenflaggen irgendwo freizuschalten und diese Piratenflaggen berechtigen mich dann zu einem Kampf auszulösen Inseln kann ich immer angreifen beziehungsweise Festungseinrichtungen auf Inseln kann ich immer eingreifen das ist also unabhängig von diesen Piratensymbolen aber alles was zwischen den Spielern oder zwischen Spieler und KI passiert ist auf diese Piratensymbole angewiesen das funktioniert so es gibt einen wie so ein Würfelturm das ist ein großes Schiff war in der Kickstarter-Kampagne auch noch möglich da ein Geisterschiff zu holen was exakt eins zu eins genau das gleiche macht ist aber grün also cool und man wirft also die Würfel in dieses Schiff hinein und die purzeln an der Seite raus wie so eine Breitseite von Kanonen kommen dann diese Würfelchen da raus das ist ziemlich cool gemacht und landen auf speziellen unterschiedlichen Feldern mit einer Symbolik die für mich persönlich am Anfang ein bisschen nicht so eingängig war nach zwei, drei Partien war es dann war es dann drin und da wird dann tatsächlich nicht entschieden wer hat die meisten Treffer kassiert sondern da gibt es Kronen und das entscheidet über Kampfverlauf das heißt man hat man gewinnt den Kampf auch dann wenn man das gegnerische Schiff nicht versenkt ganz interessant ist es gibt immer was zu blündern bei Schiff gegen Schiff auch wenn ich den Kampf verliere das heißt da wird schon ein bisschen getriggert dass man sagt ich versuche es jetzt einfach mal ich habe noch genug Trefferpunkte übrig sodass man auch ein bisschen Action am Brett hat und da wirklich aus jedem Kampf wirklich ein bisschen was mitnehmen kann und auch wie du richtig gesagt hast Thorsten manchmal ist man einfach so schwer oder hat so wenige Segel zur Verfügung um im Hafen nachzuladen da macht es einfach mal Sinn auch einem Handelsschiff oder einem anderen Mitspieler Hallo zu sagen um sich dort die Waren zu holen für ein Upgrade Genau als Ergänzung es gibt nämlich noch Handelsschiffe die auf den Ozeanfeldern ausliegen da haben wir endet wieder die Möglichkeit mit zu handeln das heißt wir geben den Materialien bekommen dafür halt eine entsprechende Karte mit der wir unsere Crewmitglieder aufwerten können oder wir können die Handelsschiffe auch überfallen die sind teilweise aber auch sehr wehrhaft also man sieht vorher nicht wie stark die sind und wenn man sich im Anfangsgebiet mal an so ein Handelsschiff ranwagt kann es auf einmal sein dass die sechs Kanonen haben während man selbst nur zwei hat und dann sieht es ganz schnell sehr schlecht aus und man hat dann sehr viel Schaden auf einmal bekommen also das ist ein ganz cooler Mechanismus wie im richtigen Leben damals bei den Piraten so vermutlich das war man hat mal ein Handelsschiff überfallen weiß aber gar nicht wie stark die eigentlich wirklich sind oder ob die nicht doch noch ein paar Kanonen aufgebaut haben ja absolut und vor allem was ich aber dann auch noch gut finde ist dass es gibt ein Feld ein kleines Feld wenn dort mein Würfel landet oder mein kleines Holzwürfelchen landet dann verursacht der eine Explosion das heißt ich nehme ihn auf und darf einen mit dazu nehmen das heißt selbst wenn ich ziemlich im Verdacht stehe hier mir eine völlige Rasur zu holen kann es passieren dass ich zwei Würfel in dieses Feld bekomme und dann darf ich mit vier nochmal nachwerfen und dann sieht die Sache schon ganz anders aus also das sind so kleine Kniffe eingebaut die zwar mit einer geringen Wahrscheinlichkeit aber immer mal wieder für ein bisschen Schlachtenglück sorgen was ja dann ja einfach richtig richtig witzig ist plus die Würfel werden nachher nochmal reingeworfen das heißt man kann bereits liegend Würfel auch nochmal verschieben wenn man Glück hat das heißt jemand anderes der schon zwei in einem Siegfeld hat auf einmal knallen die Würfel dagegen und fliegen wieder raus das kann für sehr viel Spaß am Tisch sorgen was auch beim Kampf ziemlich gut gelöst ist finde ich ist dass die Kampffähigkeiten nicht am Anfang aufsummiert werden also ich wähle die Würfel aus dann habe ich die Anzahl wird reingeworfen und dann kann ich hinterher sagen okay ich möchte diesen Kampfwürfel benutzen oder diese Kampffähigkeit benutzen oder diese und die kann ich auch pro Zug nur einmal benutzen also ich kann jetzt nicht sagen ich habe jetzt die Mega-Fähigkeit und greife dreimal mit der gleichen Fähigkeit an das funktioniert auch nicht ausgenommen davon ist wenn ich der Verteidiger bin und das finde ich auch clever gelöst dass ich meine Karten in der Verteidigung nutzen darf und dann sind sie für meinen Zug aber nicht verbraucht das ist auch finde ich ja hilft dem Flow dann doch ja jetzt hattest du ja gesagt Thorsten dass die Crew-Mitglieder quasi die Karten sind die man hier zur Verfügung hat wie kommt man denn an neue Fähigkeiten oder neue Möglichkeiten für die Crew wie entwickelt die sich also jedes Crew-Mitglied hat an sich Fähigkeiten das heißt wir haben zum Beispiel so Seebänner die können einfach segeln das heißt die helfen uns dabei schneller auf See voranzukommen und helfen uns dabei Inseln einzunehmen wir haben dann Leute wie zum Beispiel so ein Verwalter der ist dafür zuständig dass wir auf Inseln produzieren können und sorgt dafür dass wir dann auf den Inseln Gold oder Materialien bekommen der Kapitän beispielsweise kann mit der Piratenflagge dann andere Schiffe angreifen und so hat jeder in der Crew andere Fähigkeiten wir haben zwei Möglichkeiten die aufzustufen pro Zug dürfen wir immer eine Karte von unseren Karten aufstufen das heißt wir ziehen die Karte raus und drehen die entweder einmal um 180 Grad oder wenden die einmal und können die dann auf Stufe 1 2 3 und 4 aufstufen wodurch die Fähigkeiten entweder immer besser werden oder neue Fähigkeiten hinzukommen das ist die erste Möglichkeit und die zweite Möglichkeit ist wir haben immer auf den Ozeanfeldern Karten ausliegen die wir mit Materialien bezahlen womit wir unsere Crewmitglieder zusätzlich aufwerten können das sind bis zu drei Slots einmal oben Mitte und unten und die geben uns dann Fähigkeiten wie besser im Kampf zu sein neue Kampffähigkeiten mehr Einnahmepunkte auf den Inseln verteilen zu können und vieles mehr also da gibt es wirklich ganz viele wilde Dinge und auch in den Sagas kommen da immer wieder neue Sachen mit dazu was ich da auch noch ganz gut finde ist dass es noch mit den Steuerrädern ein Symbol gibt das vielfältig benutzt wird bei diesen Upgrades das heißt da ist immer wieder so ein ja wie so eine Mini-Engine weiß ich jetzt nicht ob man das so nennen kann aber man hat doch gewisse Möglichkeiten diese Steuerräder zu sammeln die dann in unterschiedlichste Aktionen verwandelbar sind je nach Upgrade-Modul das ich aufsammle und da ist dann auch was mir persönlich bei so gerade bei so langen Spielen immer sehr wichtig ist ist hier auch der Vorteil dass ich da meine Strategie auch immer ein bisschen anpassen kann auch im Laufe des Spiels Okay jetzt hört sich das alles kleinteilig an also es hört sich nach vielen verschiedenen Regeln an das Spiel ist jetzt ja auch bei Board Game Geek schon als komplexeres eingestuft worden wie schaut das denn aus eurer Sicht aus also ist ein Expertenspiel da sind wir uns glaube ich einig ich muss aber sagen die Regeln sind sehr gut geschrieben es ist kleinteilig man braucht ein bisschen zum reinkommen Björn hat ja schon erwähnt dass auch der Kampf am Anfang ein bisschen verwirrend ist vor allem man hat drei unterschiedliche Kämpfe weil man kann gegen Schiffe kämpfen man kann gegen Handelsschiffe kämpfen und man kann gegen Gebäude kämpfen und alles wird ein klein bisschen anders gehandhabt das heißt man braucht zumindest mal ein zwei Partien um in das Spiel reinzukommen ich finde aber dann ist sowohl die Regeln sind gut geschrieben als auch die Ikonografie im Spiel ist so gut gemacht dass man das eigentlich sehr gut spielen kann ohne nochmal großartig in den Regeln hast du denselben Eindruck oder hast du da andere Erfahrungen gemacht also grundsätzlich der grundsätzliche Ablauf da bin ich voll bei dir das sehe ich auch so haben wir die gleichen Erfahrungen gemacht ich fand so clever die KI gelöst ist ist es doch so dass jetzt in also ich habe jetzt quasi vier Partien gegen die KI gespielt zweimal Solo zweimal Koop und da gab es aus meiner Erfahrung gab es jetzt keine Partie in der wir nicht die Anleitung nochmal für die KI holen sollen weil es immer wieder gerade was die KI betrifft weil es eben ja doch kleinschrittig ist und auf Expertenlevel ist ja was passiert wenn die KI jetzt hier durchzieht und da habe ich eine Kanone was passiert wenn da eine Kanone unten vor ist was passiert wenn bei einem Koop Spiel gibt es ja zwei KIs was nehmen die sich weg oder was nehmen die sich nicht weg wo produzieren die wenn hier die größte Menge an Cargo liegt oder wie auch immer also da gibt es gefühlt viele Ausnahmen und Sonderregeln ähm was für mich den Spielspaß nicht wegnimmt aber äh es doch ja noch einige Partien mehr glaube ich braucht bis das wirklich ohne Regellesen von der Hand geht für mich zumindest gegen die KI im direkten Duell ja ist das ist das dann deutlich eingängig also schon ein anspruchsvolles Spiel ähm wo man dann hier die Anleitung das öfter nochmal in die Hand nimmt wie ist denn die Anleitung als solches gestaltet ist die ja zugänglich leicht verständlich oder gibt es hier und da Probleme also ich fand die sehr gut geschrieben äh es ist alles thematisch sehr gut aufgeteilt sind sehr viele Bilder und Beispiele mit dabei ähm die Aktionen sind an sich alle sehr eingängig ähm das Ganze ist halt wirklich das Zusammenspiel nachher im Spiel was das Ganze komplex macht und halt ein paar kleinteilige Regeln wie zum Beispiel wie jetzt der Kampf gegen bestimmte Dinge aussieht die muss man halt nachschlagen aber das Schöne ist das sind Textblöcke aufgeteilt das heißt man kann einfach genau angucken was man gerade macht und geht das dann einfach entsprechend den Schritten durch also es sind wirklich durchnummeriert Schritt 1 bis 5 was man pro Kampf tut und dann kann man genau durchgucken was man braucht also das ist echt gut gemacht man hat zusätzlich noch so kleine Hilfskarten die sind auch hilfreich um zu gucken wie seine Karten aufgewertet werden können und so also ich finde das sehr vorbildlich gelöst bei dem Spiel und was sehr schön ist es ist obwohl es ein Kickstarter ist direkt mit auf Deutsch und auch mit guter Übersetzung rausgekommen Ja dem kann ich dem kann ich absolut zustimmen vor allem die Solo-Anleitung die nochmal separat ist finde ich auch immer sehr sehr gut wenn das separat beiliegt die ist auch wirklich richtig gut geschrieben und auch wenn ich jetzt gesagt habe man muss öfter nachgucken ja aber man findet es auch schnell und das ist wirklich gut geschrieben gut bebildert für mich persönlich war es jetzt ein Spiel das war einfach schon auf auf so einem Level dass mir jetzt die Anleitung alleine nicht gereicht hat sondern ich habe wirklich am Anfang aufgebaut und habe das mit dem aufgebauten Spiel dann die Anleitung gelesen aber das kann auch einfach mein persönlicher Geschmack sein das mache ich je am liebsten also ich persönlich mache das auch meistens so wenn ich neue Spiele mir aneignen will baue ich das Material immer auf weil ich finde dann klären sich direkt viele Fragen hatte ich auch mal andersrum probiert und dann dann weißt du ja nicht welches Teil ist welches und wenn du es schon mal in der Hand gehabt hast finde ich dann ist so die Erinnerungsfähigkeit dann doch wesentlich besser ja auf jeden Fall wie sieht das denn jetzt aus jetzt noch bezogen auf den Kampf jetzt hattet ihr ja gesagt es gibt unterschiedliche Methoden oder unterschiedliche Angehensweisen zu kämpfen je nach Situation ist das denn überhaupt sinnvoll oder ist das hier vielleicht sogar überflüssig dass das so unterschieden wird ne es macht schon Sinn also zum Beispiel beim Kampf Spieler gegen Spieler hat man die Möglichkeit Kampffähigkeiten zu nutzen das hat man bei den anderen Begegnungen nicht weil halt entsprechend beide Spieler ihre Karten ausspielen können bei den Begegnungen gegen zum Beispiel die Handelsschiffe die werfen einfach ihre Würfel rein die Anzahl wird gleichzeitig mit reingeschmissen dann guckt man einfach wer gewonnen hat ist auch sinnvoll weil es einfach ist und schnell abgehandelt ist und gegen die Gebäude hat man auch eine festgelegte Anzahl an Würfeln für die Verteidigung von der Insel auch das ist gut gelöst weil ansonsten wird das einfach viel zu lange dauern wenn die Spielerkämpfe die dauern schon ein bisschen länger als die anderen und wenn das jetzt alles so lange dauern würde dann würde es sich glaube ich einfach ein bisschen rausziehen und ich finde das ist einfach gut und praktisch gelöst Ja absolut stimme ich voll zu und das ist trotz dass es diese Unterschiede gibt und diese Kleinigkeiten gibt die man beachten muss macht es trotzdem wirklich Spaß also es macht wirklich Spaß diese Kämpfe auch abzuhandeln diese Schritte durchzugehen und das dann auszuwerten weil das Gefühl doch immer belohnend ist ja es ist halt nun mal ein Piratenspiel da soll es auch ein bisschen abgehen und es ist immer belohnend wirklich auf Raubzug zu gehen weil man auch wenn man ein paar Treffer kassiert oder vielleicht mal Gold verliert dann vielleicht auch noch das benötigte Cargo hat was man auf hoher See dann braucht um sich irgendeine gute Verbesserung zu holen Gibt es denn noch irgendwelche darüber hinausgehenden Spielregeln die wir jetzt noch nicht besprochen haben also irgendwelche Mechaniken oder so Vielleicht nochmal wann das Spiel endet weil es hat ähnlich wie SICE so ein modulares System wo man vier Ziele erreicht haben muss und dann endet das Spiel in der nächsten Runde sozusagen wir haben da Ziele wie beispielsweise mehr als also zum Beispiel im Zweispielerspiel fünf Ozeanfelder aufdecken vier Schiffsverbesserungen anbringen sechs Inseln mit dauerhaften Klötzchen belegen ein Schiff versenken vier Kämpfe gewinnen sowas halt wenn man das schafft bekommt man am Ende Siegpunkte und derjenige der zuerst eben diese vier Ziele sozusagen erfüllt hat der löst das Spielende aus man kann auch noch mehr erreichen wenn man das in der Runde schafft gleichzeitig nochmal das fünfte oder sechste zu erreichen aber entsprechend so wird das Ganze gesteuert Was vielleicht auch noch eine Erwähnung wert ist ist wie das auf den Inseln funktioniert tatsächlich so als eigene Regel dass man diese Einflussmarker die man auf den Inseln platziert jedes Mal beim Platzieren ausgewertet wird wer hat denn jetzt die Mehrheit und leere Felder zählen auch als quasi Fraktion und jedes Mal wenn ich die Mehrheit bekomme auf einer Insel bekomme ich einen permanenten Einflusswürfel den habe ich dann immer dort wie Thorsten es angesprochen hat habe ich nur begrenzte Würfel das heißt das sollte ich nicht allzu sehr aufteilen auf die ganzen Inseln aber das ist sehr sehr gut weil dieser permanente Würfel zählt auch für meine Mehrheit immer mit dazu und so habe ich immer so ein bisschen die Möglichkeit mir bestimmte Inseln die vielleicht viele Punkte geben oder an strategisch wichtigen Punkten liegen dann da zu sichern oder da immer irgendwie einen Fuß in der Tür drin zu haben und alleine dieses System dass ich eine Insel nicht entweder habe komplett oder gar nicht habe sondern immer so ein bisschen mitmischen kann und die Regel über die temporären und immerwährenden Einflusswürfel die ist wirklich sehr sehr schlau gelöst auf den Inseln und wie sieht das denn mit der Spielzeit aus hier wurde jetzt ja vom Verlag angegeben 90 bis 150 Minuten ihr habt das jetzt jeweils zu zweit gespielt oder solo wie lange waren denn die Partien also 90 Minuten ist sportlich wenn man alles aufgebaut hat und den Abbau abzieht und wirklich drin ist kann das funktionieren es dauert aber meist länger also mit Aufbau und Spielen so 2-2,5 Stunden hätte ich gesagt haben wir immer gebraucht in dem Dreh ja absolut also 90 Minuten wenn man jetzt vielleicht irgendwie eine Turborunde hinlegt oder also man möchte ja schon auch ein bisschen drüber nachdenken wie level ich auf und wie mache ich das und auch ein bisschen diesen tollen Aufbau auch ein bisschen genießen und dann das einfach so zack zack runterspielen 90 Minuten nicht mal solo war es bei mir 90 Minuten zu zweit war es deutlich länger 2,5 Stunden 2 gegen 2 also quasi kooperativ gegen 2 KI Gegner war es dann noch mal deutlich länger da sind wir bei beiden Partien nicht unter 3 Stunden aber eine Sache muss man lobend erwähnen auch wenn es lange ist es fühlt sich nicht so an zumindest bei uns nicht man hat irgendwie immer was zu tun weil auch wenn der andere im Zug ist kann man schon überlegen was man im nächsten Zug tut man hat die Karten schon auf der Hand man wertet noch eine Karte auf aus dem letzten Zug und verteilt seine Aufwertung die man also in die Karte reinsteckt und kann immer noch mal seine Crewmitglieder umdrehen auch da gibt es dann schon mal zu überlegen was will man im nächsten Zug machen was kann ich vielleicht aufwerten was sinnvoll ist also es wird nie langweilig und das ist echt cool bei dem Spiel auf jeden Fall also das absolut also das fühlt sich deutlich kürzer an als es dann letztlich ist und meistens erschrecken wir dann wenn wir dann fertig sind mitspielen und auf die Uhr gucken dann ja fällt uns die Kinnlade runter aber ja man ist wirklich immer mit dabei deswegen fühlt sich das viel 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 kürzer an und da trägt auch dazu bei dass man diese Aufwertung von dem du sprichst Thorsten ja erst zu Beginn seiner nächsten Runde machen muss und das ist immer ganz cool weil das ist clever gemacht weil ich da mitschaue was macht denn eigentlich mein Gegenüber und mich dann erst entscheide pass mal auf ich nehme doch diese Karte und werte die auf weil ich jetzt drauf reagieren kann was du gerade gemacht hast und das ist schon das ist schon cool und das ist einer der vielen Dinge die einen da echt ständig beim Spiel halten und die das Ganze so kurzweilig machen muss man ja erstmal schaffen das ist natürlich schon bei so einer Spielzeit die kann ja auch ganz schnell einem echt zäh und lang vorkommen da habe ich ja schon bei genügend Experten spielen selber am Tisch gesetzt erst neulich und ja das ist natürlich sehr lobenswert wie ist denn jetzt ihr hattet gerade den Spielaufbau schon genannt wie aufwendig ist der denn ich habe jetzt hier nur so ein Bild man sieht schon dass das Spielfeld sehr voll ist mit vielen verschiedenen Materialien was ist denn hier so die Herausforderung also herausfordernd finde ich jetzt nicht mal unbedingt was sehr löblich ist das Spiel hat ein sehr gutes Inlay von Haus aus das heißt man hat sehr viele Kästchen die man einfach nur aufzieht und auf den Tisch stellt was echt cool ist und auch die Ozeanplättchen die mit den neuen Karten bestückt werden da zieht man einfach ein Kästchen auf kann man die Karten rausziehen und drauflegen das geht alles sehr schnell es ist halt einfach viel Material das dauert keine Ahnung 10 Minuten hätte ich jetzt mal geschätzt so mit dem Aufbau aber dafür ist es wirklich gut handhabbar ja ist halt einfach ein Expertenspiel mit viel Material aber gut gelöst durch das Inlay ja also ich bin vielleicht langsamer generell langsamer bei mir hat es schon ein bisschen länger gedauert wobei man muss auch sagen wir haben auch die die Seebären Erweiterung dann immer noch mit reingemischt und ich denke was bei dem Spiel viel viel schwerer wiegt als der Aufbau ist der Abbau weil eben durch dieses Card-Crafting-System wir diese ganzen Karten wieder auseinander nehmen müssen und wieder in die entsprechenden Kästchen sortieren müssen die ganzen Grundlagen Basiskarten wieder so in den Zustand zurückversetzen damit man wieder losspielen kann das dauert aber nochmal auch das lohnt sich und man hat genug Material zum besprechen wer das gemeinsam wieder einräumt und ja also der Abbau ist aus meiner Sicht deutlich größer als der Aufbau aber beim Aufbau würde ich jetzt bei mir ja ich würde mal so 20 20 Minuten würde ich jetzt bei mir sagen ja so unterschiedlich kann das sein wie sieht das denn jetzt mit dem Spielmaterial als solches aus wie ist das denn gefällt euch das ist die Qualität ansprechend also ich finde es sehr gut also wirklich sehr sehr gut die alle Boxen die man hat da kann man einfach aufziehen reintun die sind super ich habe jetzt noch die Metallmünzen dazu die sind richtig cool gemacht also die sind wirklich für Metallmünzen nochmal was ganz besonderes weil die haben wirklich so Kerben in den Münzen drin die sind ein bisschen schwarz angehaucht also das sieht wirklich aus wie Piratenmünzen wie man sich das so wirklich vorstellt mehr Material habe ich jetzt nicht aber auch in den Grundbox die Gebäude sind kleine Holzminiaturen die Karten sind gut die Kartenhüllen sind super die Auslage ist gut also wirklich Topmaterial ja das sehe ich auch so das ist wirklich die Metallmünzen Thorsten gebe ich dir total recht also die sind auch unförmig die sind jetzt nicht rund oder so also schön kreisrund sondern die sind eingekerbt genutzt die Symbole drauf sehen cool aus das macht richtig Spaß und auch die einzelnen Boxen die die Spiele haben als Schatztruhen wo dann das ganze Gold gehortet wird das ja das ist schon richtig richtig cool ich habe noch das die Upgrades geholt fürs Cargo das das sind dann nochmal die sind dann nochmal detaillierter was aber wirklich nicht nötig ist weil die im Grundspiel schon richtig gut sind aber auch die Kartenqualität die Sleeves ja ist richtig gut das Würfelschiff zusammenzubauen das war hart und ehrlicherweise habe ich das hätte ich das ohne YouTube Hilfe geschrottet vermutlich das ist schon sehr knifflig gewesen andererseits jetzt wo es aufgebaut ist passt das sehr sehr gut in diese Schachtel sitzt da bombenfest und da knickt nichts da ist nichts abgebrochen da ist alles tipptopp wenn man den Aufbau mal hinter sich gebracht hat ging mir ganz genauso ohne YouTube hätte ich das Ding zerstört man muss wirklich die Schritte genau befolgen teilweise noch ein bisschen mit dem Cuttermesser nachhelfen das ist sehr eng und sehr fiddelig dafür macht es aber auch echt was her das stimmt also wirklich das Würfeln macht einfach Spaß in dem Ding das ist richtig cool also ist das Spiel nicht nur irgendwie optisch eine Aufbesserung sondern tatsächlich auch spieltechnisch kommt das rüber ja finde ich schon also ich finde jetzt nicht dass es irgendetwas an dem Spiel gibt was rein optisch super toll ist aber von dem einen sagt eigentlich unnötig abgesehen vielleicht von der Geisterschiff Variante mit dem andersfarbigen Schiff aber ja man hat es halt trotzdem gibt es denn jetzt hier irgendwas an dem Spiel wir haben jetzt ja bisher sehr positiv drüber gesprochen liegt ja auch oft daran dass wir uns Spiele raussuchen die besprechenswert sind weil sie halt positiv nach oben ein Ausschlag sind gibt es denn irgendwas was ihr sagt hier das passt irgendwie nicht oder das funktioniert nicht so gut ich denke die man braucht die richtige Zielgruppe also man braucht die richtigen Leute mit denen man spielt die da Bock auf das Thema haben und die einfach Spaß dran haben sich auch ja auf die Spielzüge der anderen einzulassen und im Koop Fall auch wirklich Freude dran haben da wirklich ans Limit geführt zu werden also die das ist jetzt kein Koop Spiel das man mal so nebenher spielt genießt und meistens gewinnt das ist schon richtig richtig knackig und schwer am Spiel an sich spielmechanisch und vom Material oder also ich persönlich mir fällt nichts wirklich erwähnenswertes ein was mich jetzt so stört dass ich es als tatsächlich einen Negativaspekt hier anführen würde ja also ich habe jetzt auch nicht so viele Kritikpunkte bei dem Spiel vielleicht der größte für mich tatsächlich ist der Preispunkt weil das Grundspiel finde ich noch okay preislich aber gerade für die Erweiterung werden 45 Dollar bei der Kickstarter Kampagne aufgerufen und das finde ich für das mitgebrachte Material doch schon irgendwie ein bisschen schwierig weiß nicht wie du das siehst Björn ich glaube du hast ja das ganze im Kickstarter schon gebackt gehabt das heißt wahrscheinlich ein bisschen günstiger bekommen aber wäre dir eine Erweiterung 45 Euro wert oder wie siehst du das ehrlicherweise jetzt wo ich zwei habe und das Grundspiel schon unfassbar umfangreich und gut und mit hohem Wiederspielwert sehe würde ich keine Sagererweiterung drei und vier im Moment holen ich möchte nicht ausschließen dass ich das mal tun werde aber im Moment ja sehe ich es auch so das ist ein bisschen arg für diese paar Karten die da dabei sind klar ich habe dann nochmal sechs Partien ich weiß nicht ob es wieder sechs bei den ersten beiden Sagererweiterungen ist es jeweils in sechs Partien erkunde ich diese neuen Karten neuen Seeteile und so weiter aber wenn ich jetzt mal überlege ja ich habe jetzt noch das Grundspiel noch nicht annähernd ausgespielt und hätte dann von den Sagererweiterungen noch zwölf Partien bis ich erstmal an einen Punkt komme ich habe jetzt alles einmal gesehen und dann zu sagen es werden 45 Dollar oder von mir aus auch nur 35 Dollar fällig für nochmal sechs neue Partien ja halte ich auch für schwierig ja genau und gerade wenn man das im Hinblick ich muss wieder Size bedienen weil das Spiel habe ich auch sehr oft gespielt und auch in der Kampagne gespielt da gibt es ja auch eine extra Rise of Fenris Kampagne und die bietet da schon um einiges mehr also auch ich glaube die kostet 55 Euro und da sind halt auch wirklich Miniaturen mit drin da sind viele Sachen mit drin die einfach wertiger sind als das hier nicht dass es nicht cool ist also auch die Kampagne hat bis jetzt das was wir gespielt haben echt Spaß gemacht bringt einige neue Sachen einfach mit rein und erzählt eine kleine Geschichte aber das ist preislich einfach ein bisschen drüber meines Erachtens nach aber wenn das der einzige Kritikpunkt ist dann ist es glaube ich ganz gut bedienter Spiel ja ich denke auch also spielmechanisch gibt es da gibt es da gar nichts der Preis ehrlicherweise habe ich den genauen Preis gar nicht mehr im Kopf was wie gesagt ein paar Wochen gedauert hat bis das kam aber für also ich habe nicht das Gefühl für das Spiel so wie ich es jetzt habe zu viel bezahlt zu haben ob ich jetzt nochmal eine ähnliche Summe aufrufe um mir da ein paar extra Karten zu holen das wage ich dann im Moment zu bezweifeln und was du erwähntest bezüglich der Zielgruppe ich glaube man muss sich wirklich einfach bewusst sein dass es ein Experten Spiel ist man muss sich in das Spiel reinfuchsen man muss da Bock drauf haben und dann macht es wirklich sehr sehr viel Spaß und bietet auch wirklich sehr viel Abwechslung selbst im Grundspiel schon so dass man da echt einige Partien spielen kann ohne dass einem langweilig wird also man hat da viele Möglichkeiten als wirklicher Pirat viel zu kämpfen einfach nur zu handeln beziehungsweise seine Inseln aufzubauen und entsprechend dann sein Gold hin und her zu verschiffen da gibt es echt einige Möglichkeiten wie man das Spiel spielen kann auf jeden Fall und vor allem was ich auch sehr sehr gut finde jetzt die beiden Koop-Partien waren jetzt die Partien fünf und sechs für mich also zweimal kompetitiv zweimal Solo waren voraus dann zweimal Koop in der ersten Koop-Partie haben wir die KI völlig unterschätzt und die hat uns in Grund und Boden geschossen in der zweiten Partie haben wir dann daraufhin die Taktik ein bisschen angepasst und das hat wirklich funktioniert also wir haben wirklich gemerkt okay wir wenn die KI das macht dann können wir versuchen so zu reagieren das ist natürlich immer ein bisschen Zufall welche Module liegen auf welchen Seeteilen wo habe ich Inseln wo ich auch mal Cargo abladen kann aber das hat funktioniert und es gibt eine Lernkurve und gerade bei so einem langen Spiel ist ja auch wichtig dass ich wirklich Einflussmöglichkeiten habe und ich das Gefühl habe ich habe jetzt eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem Haushoff verloren und in der zweiten Koop-Partie war es jetzt tatsächlich so dass wir in den Gleichstand gegangen sind und dann gibt es diese epische Endschlacht mit allen Würfeln die man aus aus allen möglichen Regionen dieses Spielbrettes zusammen äh 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 krapscht und dann da reinwirft und dann gibt es diese große Endschlacht die wir dann tatsächlich wegen zwei Punkten verloren haben aber es war ein ein Wahnsinnserlebnis und dieses wir dachten oder ich dachte nie dass ich diese Endschlacht mal erlebe und jetzt diesen diesen Tiebreaker zu haben der ist natürlich auch grandios gelöst dann gehen wir vielleicht noch mal drauf ein auf das Solospiel das hast du ja zweimal Solo gespielt Björn wie spielt sich das und unterscheidet sich das zu dem Spiel zu zweit also es ist tatsächlich so dass die KI durch einen Kartenstapel ähm gesteuert wird der in sich selbst noch mal unterscheidbar ist ähm mit einer schweren und einer leichten Seite ich kann dann auch ähm diese 18 Solo Karten ähm unterschiedlich viele auf die leichte oder schwere Seite drehen wobei leicht hier schon ähm ähm ja sehr wohlwollend formuliert ist also leicht ist da gar nichts ähm wir haben immer einen Endpunkt den uns die Karte festlegt also wir decken eine Karte auf äh gucken in welcher Spielrunde ich bin und ähm immer drei Spielrunden ist eine Zeile ähm und ähm bin ich jetzt in Spielrunde eins, zwei oder drei lese ich die erste Zeile da sehe ich dann farblich markiert wo landet die KI zum Schluss dort wird das Schiff hingestellt und was macht hat die KI unterwegs erledigt ähm ähm welche Module ähm aufs Schiff kommen vielleicht dazu welche Upgrades sammelt sie ein und diese Upgrades und das ist auch sehr gut gelöst werden einfach nur auf zwei Stapel sortiert einmal alles was eine Kanone hat und alles andere und dieser Händlerstapel bringt der KI Gold was ja letztlich Siegpunkte sind und der Kanonenstapel ähm bestimmt einfach die Wehrhaftigkeit und die KI greift auch in hübscher Regelmäßigkeit mal an ähm ähm die KI setzt Einflusspunkte die KI baut Gebäude und das wird alles über diese einzelnen Kartenzeilen gesteuert ähm und dadurch dass die Karten danach wenn sie aufgebraucht sind wieder gemischt werden ähm und ich ja von jeder Karte dann eine unterschiedliche Zeile in einer unterschiedlichen Runde benutze kommt das Spiel mit diesen 18 Solo Karten die dann doppelseitig sind super gut aus dass man nicht das Gefühl hat man weiß auch nur annähernd was die KI macht es fühlt sich trotzdem einigermaßen nach einem menschlichen Spieler an nach einem richtig guten menschlichen Spieler an ähm der einzige Punkt der schon sehr aufgesetzt wirkt ist die die unfassbare Anzahl an Upgrades die die KI unterwegs einsammelt aber es geht auch tatsächlich nur so weil die KI sonst nicht an ausreichend Punkte und Kampfstärke gelangt um wirklich ein Gegner zu sein also das ist ein guter Solo-Modus so wie sich das für mich anhört absolut absolut es ist ein sehr gut gelöster Solo-Modus der ähm nicht ausrechenbar ist der sehr sehr schwer ist was ich persönlich mag trotzdem ähm ja denke ich mal zu gewinnen ist auch wenn ich es jetzt noch nicht geschafft habe und ähm im 2 gegen 2 Spiel also im Koop-Spiel spielt man immer gegen 2 KIs da wird dieser Stapel aufgeteilt also da habe ich 9 Karten ähm mein Gegenüber 9 Karten und jeder spielt zuerst ein KI-Schiff dann sich selbst dann kommt mein Gegenüber KI-Schiff dann er selbst und ähm das geht dann mit der Zeit auch ziemlich fluffig von der Hand und äh sind diese 9 Runden aufgebraucht werden alle Karten komplett gemischt und wieder neu 2 9er Stapel gebildet sodass nicht mal dort die Karten gleich sind auch wenn ich sowieso in einer anderen Zeile wäre also das ist schon richtig gut gemacht dass dass wir da keine großen Wiederholungen haben mhm jetzt hatst du Björn ja schon ein besonderes Spielerlebnis äh mitgeteilt Thorsten hattet ihr auch irgendwie so ein Erlebnis wo du dich jetzt noch sofort aktiv dran erinnern kannst wenn man kurz vor Ende des Spiels nochmal versenkt wird durch irgendwelche Schiffsfähigkeiten oder so und man dann wirklich durch die 5 oder 10 Gold die dann äh das Ganze ausmacht das Spiel verliert das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung das ist natürlich nicht mir passiert das kann gar nicht sein ja immerhin hier gibt es nichts äh was man aus dem Beutel ziehen muss oder das ist richtig weil das dann würde ich sowieso nicht gewinnen können dann hätte ich gar keine Chance Vera hat da irgendwie ein glückliches Händchen für aber ja naja aber das Spiel ist einfach super also das macht einfach Spaß auch wenn man sich manchmal zu Tode ärgert weil die Würfel einfach nicht fallen wie sie sollen in diesem Schiff aber das gehört einfach dazu das ist halt irgendwie auch ein bisschen fast schon Realismus weil wenn sich zwei Schiffe gegenüber standen wenn da jemand das Pulverlager getroffen hat dann ist das Schiff halt in die Luft geflogen so ist es ein bisschen bei dem Spiel auch und es fühlt sich einfach gut an weil selbst wenn das Schiff sinkt man verliert halt 5 oder 10 Punkte das ist jetzt alles nicht so dramatisch man bekommt aber trotzdem durch Splinder nochmal was dazu und das fühlt sich nicht so bestrafend an also wirklich gut gelöst ja also und ich glaube auch ohne dieses Risikogefühl wird wahrscheinlich dann auch was fehlen genau sonst ist es halt auch kein Piratenspiel also ja das Setting muss ja auch irgendwie umgesetzt sein ja da kommen wir vielleicht mal zum abschließenden Fazit wir hatten jetzt ja schon ihr hattet jetzt ja schon einen großen Bogen gemacht was hier eben an dem Spiel alles gut ist aber wenn ihr jetzt jemandem das Spiel näher bringen wolltet oder nochmal die richtig wichtigen Dinge zusammenfassen würdet wie würdet ihr das denn auf den Punkt bringen was bietet hier das Spiel ja also es bietet ein ein richtig gutes extrem variables Spielgefühl mit ganz ganz vielen belohnenden Elementen die der Spieldauer absolut gerecht werden also ich habe ein Expertenspiel was richtig knackige Regeln hat im Solo- oder Koop-Modus einen extrem harten hartkämpfenden Piratengegner hat aber ich habe jederzeit das Gefühl A ich kann es steuern beeinflussen meine Entscheidungen haben einen hohen Einfluss auf den Spielausgang was bei schlechten Entscheidungen natürlich dann entsprechende Auswirkungen hat das Chaos-Element ist immer da Thorsten was du gesagt hast ja finde ich auch das ist dieser absolute Realismus einfach da kämpfen zwei Schiffe gegeneinander und manchmal läuft es und manchmal läuft es eben nicht und ja es ist es ist einfach richtig richtig gut und die KI ist im Solo wie im Koop-Modus sehr gut gebalanced ist es sehr sehr gut ausgereift mechanisch grandios in das Spiel eingefügt und ja das das werden so meine Hauptpunkte also ich kann dem alles nur zustimmen außer die KI-Sachen weil die kann ich nicht beurteilen habe ich nicht gespielt aber für mich war es das wirklich das Top-Spiel aus dem letzten Jahr sowohl Expertenspiel als auch allgemein das Spiel das hat mir echt richtig gut gefallen und was mir besonders gefällt dass das Spiel zu zweit sehr sehr gut funktioniert weil normalerweise bei so einer Art Spiel ich vergleiche wieder mit Zeiss das funktioniert zu zweit eben gar nicht so gut das funktioniert hier wirklich sehr sehr gut und ich weiß gar nicht ob ich das unbedingt mit drei oder vier Spielern spielen wollen würde selbst wenn sich die Leute dafür finden weil dafür glaube ich bietet es dann nicht genug Interaktion zwischen den Spielern dass dann drei oder vier Spieler Mehrwert bringen weil zu zweit hast du wirklich ein schönes Duell du kannst gut auf das reagieren was dir gegenüber tut und es ist wirklich einfach ein tolles abwechslungsreiches Expertenspiel macht einfach richtig Laune Ja kann ich nur zustimmen also das war mit zwei Spielern richtig gut ja ich kann es dir nur empfehlen nehm die KI mal dazu das sind dann quasi zwei KI-Spieler noch dann hast du noch ein bisschen mehr enger auf dem Feld aber ja zu zweit macht es einfach richtig Laune ja Ja wunderbar da haben wir offensichtlich heute einen Schatz gehoben ist ja kein Geheimtipp das Spiel ist ja auf der Boardgame Geek Seite entsprechend ja auch schon von vielen Menschen bewertet worden aber trotzdem für all diejenigen die das vielleicht bisher noch nicht im Blick hatten das ist vielleicht mal ein Blick wert ja wir werden in die Shownotes dann auch den Link zu der Kampagne machen wo man aktuellen Late Pledge machen kann für all diejenigen die da vielleicht jetzt Lust drauf haben das ist kein Werbelink wir haben da gar keinen Vorteil von das ist dann nur Service für diejenigen die sich dafür interessieren ja dann Dankeschön fürs Zuhören bis jetzt hierher falls euch der Podcast gut gefallen hat dann empfehlt uns doch gerne weiter an Bekannte die vielleicht gar nicht so oft bisher Podcasts hören zeigt mal wie einfach das ist ein Podcast auf unserer Webseite einfach anzuhören ohne dass man irgendwas anderes braucht außer ein Handy oder eben bei Spotify oder Apple Podcast und lasst uns doch auch eine gute Bewertung da das hilft uns dass wir weiter vorankommen und unsere Hörerschaft immer weiter ausbauen und falls ihr auch eine Meinung zu diesem Spiel habt die vielleicht jetzt ganz abweichend ist weil ihr sagt Mensch so ein Schundspiel wieso reden die beiden da so positiv drüber dann lasst uns das wissen wir wollen das gerne auf unserem Discord-Server dann ausdiskutieren und wenn ihr die gleiche Meinung habt auch sehr gerne vielleicht habt ihr auch besondere Spielerlebnisse bei dem Spiel gehabt auch das würde uns brennend interessieren ja dann habt noch eine gute Zeit bis demnächst Tschüss Tschau Tschüss